So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute was vor, das haben wir eigentlich noch nie gemacht, denn ich spiele ja eigentlich immer mit mehreren Accounts, sonst würde ich auch die 5er gar nicht schaffen, erstmal die verschmierte Kamera einrichten. Wieso macht man das nicht vorher? Ich weiß es nicht. Und ihr seht, 2307, das zeigen wir euch mal kurz hier richtig fett, das hier weg, 2307, das haben wir hier einmal, wir haben das hier zweimal, wir haben das hier dreimal, wir haben das viermal, eigentlich haben wir das sogar fünfmal, das seht ihr, wenn ich das hier wieder anmache, boom, hier ist noch ein fünftes, wenn ich das bewege, bewegt sich kein anderes hier, ich kann aber irgendwie nur vier Stück spiegeln und auf den PC übertragen, deswegen muss ich da gleich noch wechseln und ich habe das Glück gehabt, ich habe ein 100er C-Krom bekommen, auf dem Hauptaccount, auf dem Mainaccount, jetzt aber nicht nur da, kurz danach gab es auch auf dem kleinen Account, auf dem anderen kleinen Account, dort gab es eins. Wir wollen jetzt mal reingucken, bei jedem Account für sich, wie viele C-Krom-Rates haben die gemacht, wie viele haben die also gebraucht bis zum 100er, ich meine danach habe ich auch noch weiter gemacht für Bonbons, aber es gibt ja wirklich Leute, die gesagt haben, sie haben 227 Rates gemacht und immer noch kein 100er oder Brandon Tan mit 360 oder irgendwas und dann hat er sein erstes 100er bekommen, das ist natürlich krank, wir hatten es da ganz gut, bei dem großen weiß ich zumindest, das war nicht so viel, bei den kleinen müsste es aber sogar noch weniger gewesen sein und weil ich ja sowieso immer Sternenstaub habe auf den kleinen Accounts und mit denen eigentlich nie irgendwas maxe, möchte ich heute auch auf den kleinen Accounts mal C-Krom pushen bzw. maxen, also an alle Hater, ich werde in den Titel irgendwas schreiben mit 5x 100% C-Krom pushen-Maxen, weil manche werden nur gepusht, da wo die Bonbons eben fehlen und andere werden eben gemaxed und so trifft das auf beides zu, nicht dass es heißt, ja da stand oben maxed 5 Stück, dabei sind nur 3 Stücke gemaxed, so ein dreckiger Clickbaiter, das hat alles Sinn, man muss ja nur mal richtig lesen. Wir fangen aber an, erst nochmal eine Frage an euch, wenn ihr diese verschiedenen Handys und Bildschirme hier seht, welcher gefällt euch am meisten? Ich habe nämlich wirklich das Problem, dass, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich muss mal gucken, Mist, ich hab's gewusst. Das hier, der sich jetzt bewegt, dieser dritte Bildschirm, das ist das Huawei P10. Das Huawei P10, so eins hatte ich die ganze Zeit als Haupthandy. Und hier, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir der Bildschirm am besten, weil der ist schön groß, der ist schön breit, der ist schön wuchtig. Hier sieht man einfach alles und der bietet am meisten Spielfläche, wenn ich den Bildschirm hier übertrage. Jetzt ist mein Handy ja leider kaputt und geht nicht mehr. Das ist ein Ersatz Huawei P10. Und, naja, das ist jetzt nicht so geeignet, äh, um damit den ganzen Tag das als Haupthandy zu nutzen, das ist schon ziemlich, äh, lädiert. Dann würde ich sagen, als Zweitbestes sieht das hier vielleicht aus, ganz links. Das ist ein iPhone, iPhone 7, irgendwas, glaube ich. Das geht immer noch, das ist auch noch, äh, annehmbar von der Breite her. iPhone würde ich aber auch nicht als Haupthandy nehmen. Da kommen wir nämlich schon zu den Problemen, die auftreten. Das hier ist das Samsung S8. Ihr seht, der Bildschirm ist sehr schmal und langgezogen. Finde ich eigentlich sehr unschön, das gefällt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist das Neueste, was ich jetzt habe. Ist gar nicht mal so alt, würde ich aber auch nicht als Haupthandy nehmen. Und das, wo mein Hauptaccount jetzt drauf ist, deswegen steht da auch Level Up, 7.7.18 Uhr, also heute zur Spotlightstunde. Das ist das Huawei P20. Das ist im Prinzip sogar breiter und größer und brutaler als das P10, was hier daneben ist. Aber trotzdem ist der Bildschirm einfach schmal und langgezogen und sieht einfach ultra hässlich aus. Und das kotzt mich so an. Ich möchte so einen Bildschirm hier haben, so einen fetten Bildschirm. Und jetzt muss ich mit so einem schmalen Drecksbildschirm rumlaufen. Aber egal, wir werden uns jetzt den Pushs kümmern. Wir fangen ganz links an mit dem iPhone. Das ist nämlich hier der Funkamduktsch-Account. Das ist der Japaner-Account, sozusagen. Da werden wir mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Wir haben jetzt 33 Bonbons. Und wir werden auch noch alle restlichen Sonderbonbons, die hier drauf sind, nehmen, um da Platz zu schaffen. Wir werden das jetzt hochziehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, da fehlen die Bonbons. Genau, 80 Stück. Wir schaffen es also von 2307 auf 3548. Bekommen 1241 dazu. Weil wir einmal dabei sind, gucken wir gleich noch in den Pokédex und schauen mal, wie viel... Junge... Ich will doch nur auf das Letzte drücken. Wie viele Raids wir hier gemacht haben. 12 gesehen und 11 gefangen. Das ist eigentlich sehr krass, bei gerade mal 12 Zekrom ein Hunderter zu haben. Wie gesagt, andere mit 360 und haben gar keins bekommen. Das nehmen wir mal so mit. Wenn ich jetzt hier aber die Aufnahme beende, Disconnect, müsste es... Es ist natürlich immer noch da, dieses Blöde. Dann müsste ich es, glaube ich, schaffen... Oh, was hat es denn jetzt wieder gemacht? Ich meine, wenn ich jetzt diese Aufnahme hier beende und mir das andere iPhone hole und das andere iPhone verbinde, müsste es ja gehen, dass das jetzt angezeigt wird. Denn ich glaube, es waren einfach zu viele Geräte da und das eine iPhone hat das andere iPhone ausgegrenzt. Ich drücke also mal hier drauf, Mirror, genau. Jetzt müssen wir hier Spiegeln auswählen, den PC. Und dann ist es irgendwo. Ihr seht es aber gerade nicht. Ich sehe es aber. Also kein Problem. Ich kann mir das jetzt hier rüber holen, da wo ich es brauche und schiebe das wieder schön nach links. Das mache ich mal wieder rein. Jetzt haben sich die anderen natürlich alle weitestgehend so verschoben. Das muss das dritte sein auf jeden Fall. Das muss das letzte sein. Das andere Handy ist einfach mal weg. Das muss ich mir hier drüben irgendwo suchen. Das haben wir wahrscheinlich jetzt hier noch. So. Nehmen wir das also mit. Das packen wir wieder hier ran. Das packen wir hier ran. Dann kann ich das wieder aufmachen. Jetzt haben wir auch wieder vier. Aber ihr seht, das ist trotzdem wieder ein 2307er. Das ist diesmal bei dem Account vom IvarMild. Der hat auch gut Sternenstaub. 3,5. Weil ich gebe da ja eigentlich nie was aus und mache da nichts großartig. Hier können wir glaube ich direkt maxen, indem wir einfach 248 Bonbons draufknallen. Also so viel draufknallen, dass er 248 hat. Ich hoffe, ich vertue mich dann nicht. Das müssten glaube ich 248 sein auf Level 20. Packen wir mal drauf. Gehen wir auf Power Up und gucken mal, ob wir es bis zum Ende schaffen. 248, 225.000 Sternenstaub kommt auf 4038 und ist gemaxed. Fertig. Also ein gemaxes ist auf jeden Fall schon da. Hier wollen wir natürlich auch in den Pokédex schauen, wie viel wir gebraucht haben. Der hat noch gar nichts davon. Also gehen wir bis runter und sehen hier 16 gesehen und 13 gefangen. Das ist eigentlich auch cool. 16 Stück ist auch nicht viel. Also ihr seht, da geht es auch richtig gut ab. Das können wir jetzt hier noch ein Stück drauf lassen. Kommen zum nächsten, zu dem zweiten mit dem langgezogenen Bildschirm. Da haben wir hier 33 Bonbons und können noch wie viel drauf machen? 75. Die packen wir auch alle drauf. So, 75 sind weg. Erst noch mal kurz gucken, wer das ist. Das ist der Michaels Eiers Account. Der bekommt jetzt, ja, ist klar, jetzt geht natürlich das GPS wieder weg. Wir gucken trotzdem mal, ob das funktioniert, wenn wir das hier machen oder ob sich das nicht... Wie, es geht nicht weiter, weil ich nur so viel habe? Wieso hat es vorhin mehr angezeigt und dann rot und hier geht es sowieso nur... Ach so! Jetzt verstehe ich das. Der geht nicht weiter wegen dem Trainer Level. Das ist ja interessant. Wir haben also noch 10 Bonbons übrig. Könntet aber nicht weitermachen, weil der Trainer Level zu niedrig ist. Es ist jetzt also auf 3600. Damit ist er höher als das allererste, was wir gepusht haben. Haben dann noch was übrig. Gucken noch ganz kurz. Hey, das regt mich so auf. Jetzt müsstet ihr normalerweise... Ähm... Zack. Hier einen Joystick starten, mit dem andere Leute ihren Standort verfälschen. Ich den aber brauche, um meinen richtigen Standort ins Spiel mit reinzunehmen, um GPS zu haben, um überhaupt spielen zu können. So, wir gehen hier auch auf Pokédex natürlich. Scrollen mal bis runter und schauen, wie viel er hier hat. 15 gesehen, 11 gefangen. Ist also auch relativ wenig. Also, die haben alle Glück gehabt irgendwie. Den können wir jetzt hier auch zumachen. Das können wir disconnecten. Können es ausmachen. Dann ist das Handy auch fort. Ach, und wieder hat sich alles verschoben. Ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt den hier auf jeden Fall noch übrig. Den haben wir noch übrig. Das ist der, genau. Den anderen seht ihr nicht mehr. Den muss ich mir jetzt wieder vorholen, irgendwo. Wieso ist das so verschissen kompliziert? Jetzt ist das hier auf dem anderen Bildschirm. Jetzt muss ich das wieder hier hin, äh... Zuggeln. Und das dahin. Und das dahin. Und jetzt den hier wieder groß. Und dann seht ihr mich wieder hier. Dann kann ich mich auch noch ein Stück vergrößern. Davon nehmen wir jetzt nichts mehr weg. Jetzt haben wir nämlich den hier mit 39 Bonbons. Das ist der iVa Soft Account. Auf dem coolen P10 Handy. Das können wir, glaube ich, auch direkt maxen. Genau, der hat genügend Sonderbonbons. Geben wir auch wieder 248 drauf. So. Einfach mal hochschrauben bis zum Limit 248. Hat auch über 3 Millionen Staub. Also ist auch eine gute Sache. Jetzt müssen wir hier aber auch nochmal hochschrauben. 4038. 1731 bekommt er dazu. Ist also auch gemaxed. Auch eine gute Sache. Und ihr seht, die sind auch alle legit gefangen. Also. Weil jeder immer sagt. Äh, Spoofer. Spoofer hin. Spoofer her. Aber. Ich mach eigentlich fast alles legit. Auch die C-Days spiel ich ja auch legit. Da lauf ich ja auch hier rum. Die Spotlightstunden. Letchit. Die anderen, die. Zocken halt eigentlich nur woanders. Wo halt immer was los ist. Aber ich will ja eigentlich. Hauptsächlich normal spielen. Ich brauch's nur wirklich manchmal, wenn ich. Äh, wenn gar kein Raid zustande kommt. Bevor ich auf dem täglichen Pass sitzen bleib. Dass ich wohin geh. Um den rauszudonnern. Aber ich bin auch keiner, der jetzt. Gleich am ersten Abend 100 Raids macht. Wenn ein legendärer Raid Boss kommt. Ich mach halt wirklich eigentlich nur meinen, äh. Täglichen Pass weg in letzter Zeit. Und den haben wir also auch. Können wir auch nochmal reingucken. Auf den Pokedex. Wenn wir den finden. Ah, das wollte ich doch nicht. Lass mich in Ruhe. Ihr seht, das hängt schon. Macht übelst Faxen. Deswegen kann ich das auch nicht nehmen. Als Haupthandy. Obwohl es den schönsten Bildschirm hat. Wenn man spiegelt. 16 und 13. Also auch eine recht geringe Quote. Bei gerade mal 16 gesehenen. Hat das hier das Hunderter im Gepäck. Das Hunderter mitgenommen. Und das hier natürlich das genialste. Weil das ist wirklich hier auf dem Hauptaccount. Ihr seht hier. Ei war scharf, ne. Der hat auch ein Hunderter bekommen. Das wollen wir hier auch maxen. Wir geben direkt aber mal C-Krom ein. Und zeigen euch. Dass wir. Na gut, der ist glaube ich schlecht. Hier sind zwei Wettergeboostete. Die habe ich aus einem Glückstausch bekommen. Habt ihr einmal hier. Das ist schlecht. Aus Rodenburg. Das ist nämlich von Eiben Stolz. Wir haben hier das. Das ist besser. 15, 15, 12. Aus Vaterstetten, Bayern. Das ist von Vorbelastet. Wir haben hier eins. Ramses Army. Das ist vom Ruppersch. Sehr schön. Das ist eigentlich ein relativ gutes. Das ist ein 96er. Aber das hätte ich eigentlich gepusht. Weil ihr spart ja da eine Menge. Ihr habt hier unten auch noch eins. Ihr habt da unten noch eins. Noch eins. Noch eins. Also das ist aber alles nicht der Rede wert. Wir können nochmal ganz gucken, von wem die sind. Hier No Name. Kleingeist 88. Also der Bockwurst King. Wir haben hier typisch Andy. Das war von Jason Form Keats. Aber da wir eben kein 96er pushen müssen, wenn wir ein 100er haben, pushen wir natürlich das 100er. Das 100er auch. Let'schit gefangen in Röhmild. Also bei uns hier. Wir geben hier also Powerups drauf. Ziehen das hoch. Bis aufs Max Level. Wir müssen nicht mal Sonderbonbons reinpumpen. Haben wir nämlich vorher schon gemacht. Ja. Man könnte theoretisch. Ich glaube ich habe ja noch so viel. Man könnte theoretisch das hier nehmen. Ich habe ja noch 340 Sonderbonbons. Und könnte das auch noch Maxen. Das ist dann vom Staub her günstig. Aber braucht genauso viele Bonbons. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Ich meine, eigentlich müsste es reichen, wenn man einen 100er gemaxed hat. Oder was sagt ihr? Würdet ihr das 96er auch noch Maxen? Würdet ihr das Maxen? Und die zweite Frage. Würdet ihr das Maxen an meiner Stelle? Das ist ja ein Unterschied. Wir gucken hier aber auch mal rein. In den Pokedex. Wie viel wir hier haben mittlerweile. 55 gesehen. 54 gefangen. 7 Glücks. Eins ist nur geflohen. Leider Gottes. Und das 100er habe ich bei, glaube ich, 38 Stück bekommen. Jetzt werde ich dir sagen. Hä? Wie kannst du denn 55 gesehen haben? Wenn du doch sagst, du hast jeden Tag nur den freien Raid Pass weggemacht. Ich habe ja insgesamt diese 18 Accounts. Und normalerweise mache ich es dann immer so. Ich nehme den Hauptaccount. Plus 5 andere. Damit die zusammen interagieren im Raid. Such mir noch einen Raid mit dem Hauptaccount. Und 5 anderen anderen. Dass die zusammen agieren. Und dann suche ich den dritten. Mach wieder mit dem Hauptaccount. Und such wieder 5 andere Accounts raus. Sodass ich also 15 schon weg habe. 2 andere gehören Pupsi. Da kümmert sie sich immer ein bisschen drum. Sind dann also 17. Und einer, der macht was ganz anderes. Das wäre dann der 18. Das ist der einzige, bei dem ich dann immer ein Geschenk annehmen muss. Jeden Tag. Und alle anderen, da brauche ich keine Geschenke. Weil die interagieren durch Raids. Also habe ich bei C-Krom dann angefangen. Mal 3 Raids zu machen am Tag. Mit dem Hauptaccount. Weil ich das Pokémon auch einfach richtig cool finde. Das Design. Die Farbe. Die Erscheinung. Alles dahinter. Der blaue Schwanz. Also der blau leuchtet. Es ist auch stark. Es kommt auf über 4000. Und das hat mir so gut gefallen. Da habe ich ruhig mal ein paar Pässe reingestopft. Es ist auch immer noch, meiner Meinung nach. Die Box da, genau. Die ich nur empfehlen kann. Die Hyperbox. Also wenn ich mal eine Box kaufe, kaufe ich immer eine Hyperbox. Und jetzt erst recht mit 17 Raid Pässen. Können wir gleich nochmal hier drauf drücken. Ne, können wir nicht. Weil Beutel ist schon wieder voll. Also wenn sich was lohnt, dann meiner Meinung nach die aktuelle Hyperbox. Denn es gab schon welche. Da waren 14 Raid Pässe drin. Jetzt habt ihr aber 17. Meistens haben wir so 16. 17 ist auch richtig klasse. Mehr wäre natürlich noch genialer. Aber ihr kriegt gratis Glückseier. Ihr kriegt gratis Sternenstücke. Ihr kriegt gratis Brutmaschinen noch dazu. Und die Pässe sind auf jeden Fall günstiger, wenn ihr die dann im Paket nehmt. Das war es jetzt im Prinzip von meiner Seite aus. Ich muss nachher noch ein Video machen. Und dann muss ich mal heute Abend noch den Stream machen. Und eigentlich wollte ich heute noch das Paket auspacken. Es ist schon wieder so viel los. Die Leute kommen einfach gar nicht hinterher zu gucken. Aber jeder kann sich ja das Video angucken, was einen interessiert. Das wird vielleicht nicht jeden interessieren. Schreibt ihr mal rein natürlich. Wie viele C-Krom habt ihr gemacht? Habt ihr richtig durchgestartet? Oder habt ihr es langsam angehen lassen? Und startet dann durch, wenn es als Shiny zurückkommt? Und was ist euer bestes C-Krom? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.